ein wunderschön willkommen zu einer weiteren folge von life is strange wir haben es morphin und wir gehen zu chloe okay da war eine doppelung entschuldigung gut ich glaube dass wir auch nichts dass wir hier nichts weiter groß machen können wir können noch mal probieren ob wir mit mit ihm sprechen können wir nicht wir gehen dann zu chloe und wahrscheinlich bis wir das da oben rein spritzen die tropf infusion oder oder wir können nur direkt morphium geben ok matrix aber du hast mich auf ein guter Tag Max ich bin so sehr dankbar dass ich sogar able zu hangen mit ihr sieh ich bin muschig ich bin bereits hoch du bist so adorable du willst noch etwas anderes um stop mich wenn ich mich zu emo Okay, so das hatten wir hier alles. Färben wir ihr noch die Haare? Schön wär's jedenfalls. So, wo sind die Bücher? Da drüben, ne? Haben wir das Foto noch nicht gesehen? Doch. Das ist das Foto, was wir gemacht haben, wo wir uns gequält haben in der einen Folge, dass wir das zustande bekommen haben. Oh, sehr schön. Wenigstens was. Okay. Nehmen wir's mit. Die anderen Sachen haben wir ja schon alle uns angesehen. Und dann... Okay. Ich hab's. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Wir können echt nichts anderes machen gerade? Okay. Ich habe das Gefühl, sie ahnt was, oder? Kann es sein, dass sie was ahnt? Es war gestern. Es war gestern. M-M-M-Maybe ich könnte... Listen, Max. My respiratory system is failing. And... And it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. Wadduce Sie wüsst? So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nicht, nee, 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 nee. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Oh, mein Gott. Ach, du Scheiße. Oh, bitte tu mir das nicht an. Tu mir das bitte nicht an. Oh, was soll ich tun? Oh. Oh, was soll ich tun? Oh, was soll ich tun? Wir haben ja, wir haben ja die ganzen Indizien, haben wir ja gelesen. Es wird passieren, früher oder später. Oh. Ach, du Scheiße. Es ist jetzt echt, oh mein Gott. Was ist denn, wenn wir das hier sagen? Oh. No matter what, now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please, help me, Max. I can't do anything. I think this monologue from her was eindeutig. And that is so a topic, that can be discussed with active help. Whether it's moral or not. But at that point, I think that's the biggest gift in the situation. Was wir auch mehr oder weniger ausgelöst haben, was wir machen können. Ich mach das. Scheiße. Scheiße. Ich mach das. Dankeschön. Ich bin sehr stolz, dass du dich folgert, deinen dreams zufast. Nämlich. Müsst mich niemals. Ich liebe dich, Max. Ich kenne dich irgendwann. Ist es schnell, als du denkst. Oh mein Gott. Linke Maustaste, Foto scharf stellen. Wir machen jetzt nicht wirklich ein Selfie, oder? Nein, wir nutzen das Foto. Okay. Lampus. Jams. Hey, honey. What? Oh, wie schwer muss sowas sein? Das ist ein Dollar für den Schwerdjahr. Du meinst dein College-Von? Aha. Du kannst mich immer wieder schlafen. Damit es nie wieder eine Möglichkeit gibt zu springen, in der Zeit. Das tut so weh, das zu sehen. Max, du bist so fucking strange. Like, you're never going to see us again. Chloe. I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know what you're talking about you're talking about, but come on. Oh, das treibt die Tränen in die Augen. Like, my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Oh, das tut weh. Oh. Oh. Oh, so scheiß. Okay, es gibt hier jetzt kein Auto mehr. Oh. Das ist Rachel. Haben wir es wieder hergestellt? Oh. 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 Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Was? 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 Chloe. You're alive. Yes. Whoa, whoa. Down, Max. You get one kiss, and now you're all over me? I'm just... I'm just... I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while sleeping. Oh, das ist ungelogen. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Sie weiß es. Sie weiß es. Beziehungsweise wird's wissen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir gucken auch gleich auf die Tafel. Ich wollte bloß kurz sagen, also ungelogen, mir hat's echt gerade die Tränen in die Augen getrieben. Das hat so mitfühlend wehgetan. Diese Entscheidung durchzuführen. Ja, ich möchte gar nicht dran denken. Und ich bin ehrlich gesagt auch irgendwie froh, dass es doch diesen Weg hier gibt, den... Der... Ja. Weil das Pinboard war doch vorher nicht da, oder? Oder sind jetzt die ganzen Puzzlestücken jetzt so nach und nach hier reingelandet? Eigentlich nicht, ne? Was haben wir hier? Damn. This is a serious expose on the Prescotts. Finally. Penn Estates der Prescotts, Flur oder Segen von Craig Kennedy. Der Name Prescott mag nicht viel für Sie oder alle anderen außerhalb einer kleinen Küstenstadt Orangans bedeuten, aber dieser Name hat viel Bedeutung für Arcadia Bay. Eine idyllische und zeitlos wirkende Stadt. Einst war sie der Sitz einer florierenden Fischerei- und Terrorismusindustrie, aber diese Tage sind Geschichte. Trotz des lokalen Erfolgs der Blackwell-Akademie und ihrer Football- und Schwimmteams, den Bigfoots und Ottern. Veränderungen in der Umwelt der Region reduzierten die Anzahl der Fische und andere Meereslebewesen resultierten in eine stagnierende Wirtschaft und eingeschränkten Tourismus. Kurioserweise verstanden die Prescotts, ihre Geschäftsinteressen auf einem ziemlich profitablen Niveau zu halten. Tatsächlich stehen sie hinter einem teuren und exklusiven Siedlungsbau namens Penn Estates, der tief im Wald in der Nähe der Blackwell-Akademie angelegt werden soll. Örtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichten bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, in denen eine weitläufige Zerstörung von Stammesland und natürlichen Ressourcen angeführt wird. Okay. Wir sehen uns hier oben. Das ist es. Das ist eigentlich ein richtig gutes Foto. Richtig atmosphärisches. Wenn ich mir das hier so vorstelle, guckt mal von hier, geguckt. Das ist genau. Was haben wir hier? Die Tasse. Nichts geht über Kaffee. Ich glaube, das können wir. Stimmt. Das ist eine E-Mail. Ach du Shit. Miss Price, hier wacht Meister Anderson Barry. Wir haben ihre Kontakten hatten hier in unseren Akten und bitten sie zur Beantwortung einiger Fragen am Montagmorgen um ca. 8 Uhr im Revier zu erscheinen. Dies betrifft Informationen zu einem Einbruch in die Blackwell-Akademie, der vor kurzem stattfand und der Tatsache, dass ihr Wagen zu ungefähr ja gleicher Zeit auf dem Parkplatz identifiziert wurde. Aber wir hätten sie nicht löschen dürfen. Puh. Zu lange. Viel zu lange. Aber die liegt hier immer noch rum, ja? Ja. Das Einzige, was zurückgeblieben ist. Zwischen den Zeiten. Waffenleitfaden für böse Mädchen von Coffee Greer. Böses, böses Mädchen. Dad ist gone. Suck. Fuck all. Shit. Okay, wir gucken jetzt an die Pinnwand. Entschuldigung, dass ich es so lange aufgehalten habe. Okay. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. Uh, what things? Tch. One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Darkroom. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm going to cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not going to be a happy camper after you reamed him yesterday and mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Er ist rausgeschmissen worden. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past. Wie, ich darf jetzt denn nicht? Doch, okay. Ich dachte schon, ich darf nicht zurückspulen. Portemonnaie. Achso, Portemonnaie. Achso, das ist das, okay. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt gerade. So, wir schauen uns nochmal um. Dass uns hier auch ja nichts entgeht, aber das Licht ist aus. Schade, dass wir, dass wir der alternativen Chloe nicht noch irgendwie die Haare gefärbt haben, wisst ihr? Ich glaube, das wäre, wäre wirklich wichtig für sie gewesen. Zusätzlich. Okay, da geht's nicht rein. Oh. 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 Äh. Nee, das wollte... Das wollte ich jetzt aber auch nicht. Das wollte ich jetzt aber auch nicht. Aber ist das jetzt vorbei? Achso, okay. Ach, wir haben noch eine... Deine Freundin Chloe hat mir getextet, ich sei aus dem Spiel. Sie klingt heiß, also verstehe ich es. Chloe hat... Sie hat es wirklich geschrieben? Ich habe ihr sicher nicht meine Nummer gegeben. Wenigstens lässt du noch mit mir den Affen raus. Außer du willst mit Chloe abhängen. Oder wir gehen alle zusammen. Euch beide gleichzeitig vertrage ich nicht. Cool. Muss los, bis dann. Hat sie eben... Oh, wir haben alle geschrieben. Papa. Ich weiß, die Woche war hart für dich. Sie ist fast vorbei. Ich rufe euch später an. Ich liebe dich. Hey Süße, sag mir, wann du bei mir vorbeikommst. Dann gebe ich dir Modetipps. Da war ja auch noch was. Oh, danke, Kurt. Ich ertrink in Hausaufgaben. Ich komme später vorbei. Danke nochmal. Okay, aber du kannst keine Geheimnisse vor der Star-Reporterin Juliet Watson verheimlichen. Hallo? Warum? Warte mal. Oh, was hier? Hey Max, ich hoffe, dir geht es nach all dem gut. Du hast vielleicht viel zu tun, aber du kannst mich jederzeit anrufen. Hey Juliet, hast du viel zu tun? Keine Zeit viel zu tun. Du schreibst mir nie. Was ist los? Außer allem, ich habe mich nur gefragt, ob du mal von einem Typen namens Frank gehört hast, der in einem Wohnmobil lebt. Du meinst ihn am Fluss? Ich habe gehört, er ist ein versiffter Junkie. Mehr nicht. Warum? Ermittelst du ohne meine Hilfe? Nein, bin nur gelangweilt. Wir unterhalten uns bald. Okay. Das sind alles Nachfragen. Guck mal. Sorry, mein Handy war in der Tasche. Hey, Justin, bist du beschäftigt? Max, ich bin mit Kiffen beschäftigt. Was ist los? Kennst du Frank Bowers? Drogen. Das ist alles? Frag Nathan. Er kennt ihn, glaube ich. Okay, mache ich. Danke, Justin. Wofür? Kate. Warte mal. Ich vermisse dich. Und mein Kaninchen. Wir vermissen dich. Dein Kaninchen vermisst dich auch. Yeah, du bist so eine tolle Freundin. Ich danke dir von Herzen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Kommen wir da auch noch hin? Mama. Warte mal. Ich muss bloß gucken, was wir zuletzt hier gelesen haben und was nicht. Äh, Ehrenschüler. Max ruft, äh, wir sind stolz. Okay, ich rufe gleich an. Versprochen. Danke, dass ich unsere Leckerheldin umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme. Wir sind sehr stolz, also nutze es aus. Sag Bescheid, wenn du hierher flüchten willst. Wir lieben dich, Maxine. Maxine, was geht bei euch mit dem Wetter vor? Also, ich finde dort militärische Tests statt oder so. Du sitzt im Auge des Sturms. Ja, ich habe sogar meine Pflanze Lisa getötet. Oh, tut mir leid, Liebling. Hol dir eine neue. Eine Pflanze war schon stressig genug. Zurück an die Bücher. Bis bald. Und damit haben wir, glaube ich, alles durch. Nee, da. Chloe noch. XO, XO. Und das war kein Emoji. Was ist das? Was ist das? Die Wale. Die Wale. Looks like they're back on the road to Paris. Ouch. David, wehe du bist hier, wenn ich zurück von der Arbeit komme. Ich will dich hier nicht sehen, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Ich meine es ernst. Ich hoffe, weiß ich, ich habe jetzt echt ein ganz schlechtes Gewissen. Aber wirklich ein schlechtes Gewissen, dass ich ihn... Aber wen hätte ich denn... Ich habe jetzt irgendwie resistiert in dieser ganzen anderen Realität. Aber ich weiß nicht, was passiert. Je mehr ich meine Kraft benutze, je mehr ich sehe, wie wenig Kontrolle ich habe über was passiert. Jetzt existiert Max Caulfield in zwei oder vielleicht drei verschiedenen Realitäten. Wie kann ich ein Destin haben? Sehr tief zu nicht. Sehr tief zu nicht. Ich liebe es, dass William und Joyce so ein bisschen zu finden, wie Chloe so ein bisschen zu finden. Ich denke, dass ich mich über all diese Lebenslinien fast macht meine Kopfhörer besser als der Rewind. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist nicht da. Wieso ist es nicht da? Ja, wir haben es doch vorher reingeschmuggelt. Was ist hier noch? Ökoapokalypse. Bis vor kurzem war Arcadia Bay eine idyllische Ecke an der Küste Oregons für Fischer und Touristen. Die Stadt, in der die Zeit stillsteht, befindet sich seit Anfang der Woche im Auge eines ökologischen Sturms. Nach einem unvorhergesehenen Schneefall, einer nicht vorhergesagten Sonnenfinsternis, toten Vögeln und einen halben Dutzend gestrandeter Wale wird das seltsame Wetter Arcadia Base jetzt von prominenten nationalen und internationalen Wissenschaftlern studiert, inklusive der NASA. Noch unglaublicher als diese Ökophonomene ist die Tatsache, dass nicht ein einziger Meteorolog auch nur eine stichhaltige Theorie oder einen Grund für das atmosphärische Chaos geliefert hat. auf der nächsten Seite fortgesetzt. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ganz ehrlich, mir tut das hier irgendwie gerade fürchterlich leid und ich hoffe, dass es irgendwie noch kitbar, wie es sich hier entwickelt hat. Und ja, auch wenn ich jetzt abwürge, aber ich mache an der Stelle ein Folgenpäuschen, weil ich gerade sehe, wir sind da, wo wir gleich hinwollen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin froh, dass es dann schon ein bisschen emotional heller das Ganze ist und nicht so tief, bedrückend und demoralisierend, wie es vorher war in der alternativen Realität. Deswegen ein kleines Folgenpäuschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Nee, nicht an, sondern in der nächsten Folge. Euer Firefox. Euer Fox.